Leute, ihr habt Haarausfall, leidet unter Spliss und habt sehr dünnes Haar. Ihr Haar glänzt nicht mehr. Dieses Produkt ist seit über 50 Jahren in Indien und in aller Welt das Geheimnis der wunderschönen Haare. Ich habe das Produkt, seitdem ich 15 bin, verwendet und dann habe ich aufgehört damit. Also jahrelang habe ich es verwendet und meine Haare waren bombastisch. Leute, guckt mal, das waren meine Haare. Und jetzt? Also ich habe echt nur noch Fusseln. Und deshalb habe ich mir wieder das Produkt geholt. Ihr müsst es wirklich regelmäßig anwenden, damit ihr auch ein Ergebnis erzielt. Denn eine Rose wächst auch nicht heute auf morgen. Also bleibt dran, wenn euch das Produkt interessiert. Das ist ein indisches Haaröl mit verschiedenen pflanzlichen Mineralstoffen und Öle. Also alles ganz bio. So sieht dann die Flasche aus. Der Inhalt ist grün und der Geruch, also der Geruch ist sehr, sehr, sehr komisch. Ich habe mich schon längst daran gewöhnt, weil ich das echt seit Jahren verwendet habe. Aber egal, hauptsache es hat seine Wirkung. Ihr verwendet ein bisschen, also erstmal so auf die Handfläche, so. So. Und dann direkt auf die Kopfhaut richtig schön einreiben. Eilt euren Haaren auch einen wunderschönen Glanz danach. Ihr könnt es 30 Minuten, eine Stunde einwickeln oder über Nacht, so wie ich es mache. Also einfach, ich mache es über Nacht und wasche es am nächsten Tag dann morgens raus. Danach macht ihr das alles in die Spitzen rein. So Leute, jetzt machen wir einen Zopf. So Leute, ihr könnt das zweimal bis dreimal die Woche verwenden. Ich mache es immer über Nacht. Und das Geile ist, das kostet nur 10 Euro bei Amazon 200 Milliliter. Ich bleibe am Ball. Also gönnt euch dieses Haarwunder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.